... Heimatortseider präsentiert. Meisterwerke der Filmgeschichte in ihrer verschollenen Urfassung mit schwäbischer Originaltonspur. Jetzt auf Blu-ray und DVD, aufwendig digital remastered, was immer das auch heisst. Zum Beispiel... In einer beschaulichen Kleinstadt am Fuß der Schwäbischen Alb versucht sich ein junger Mensch seinen Traum zu erfüllen. Einmal in seinem Leben will der Otto auf ein großes Rockfestival. Hans-Peter, komm, ich frag jetzt meinen Vater, ob man aufs Headbanger-Festival auf die Alp durfet. Vergiss es, das erlaubt er dir nie. Quatsch, das erlaubt er auf jeden Fall. Das erlaub ich auf keinen Fall. Auf das Headbanger-Zeug, da gingen doch bloß drogesichtige Poppeleger nach. Du bleibst daheim und hilfst deiner Mutter beim Geschirrspielen. Aber so leicht gibt der Otto Ed auf. Hilfst du mir, Onkel Rolf? Weisch, ich hab aus dem Yps-Heft sogar einen Backstage-Ring fürs Headbanger-Festival. Und da steht drauf, dass sie das ja die geilste Lightshow aller Zeiten haben und brutal viele Spezialeffekte. Und als Headliner spielt halt Manfred Manson. Ich muss da unbedingt nach. Ich schwätz mal mit deinem Vater. Horst, jetzt lass ihn halt da nach. Oh, ja, wegen mir. Ich hätt mir halt gewünscht, dass der Volksmusik hört und nicht so Indianer geschreut. Aber auf der Alp sind auch noch andere gegen die Durchführung von dem Headbanger-Festival. Ich weiß gar nicht, was euer Problem ist, ihr elendige Scheiß-Ökos. Immer geht's gegen die Heavis. Die Headbanger-Type sind voll okay. Aber die verdrömpelt immer den ganzen Bärlauch im Wald. Dabei gäbe ich so ein gut Peschtu. Aber die Veranstalter können sich durchsetzen. Jetzt müssen wir aber Gas geben. Die machen den Eilass schon zu. Jetzt mach den mal nicht ins Hemd, Otto. Mit deinem Backstage-Ring kommen wir da auf jeden Fall noch rein. Also los. Neu, warten mal. Sag mal, hätt ihr so einen Backstage-Ring aus dem Yps? Könnt ihr mich bitte mit reinnehmen? Die haben mich nicht reingelassen, weil ich aus Balinga komm. Und ich täte doch sogar Manfred Manson sehr. Bitte echt, ich schenke euch auch mein Manfred Manson-T-Shirt. Dann selber, was sagst du, soll man mit reinnehmen? Sie lassen mich doch nicht mit dem Balinga blicken. Aber denen muss man doch auch helfen. Hey, brutal supergeil. Du bist echt in Ordnung. Manfred Manson. Aber leider haben die Konzertveranstalter ihr Rechnung ohne Tlohas-Bewegung Siegmaringe gemacht. Erleben Sie jetzt die Verfilmung von J.R.R. Tolkiens Meisterwerk in der schwäbischen Urinterpretation. Zwölf Stunden Rock'n'Roll-Abenteuer auf sechs DVDs. Meisterwerke der Filmgeschichte, präsentiert vom Reitlinger Heimatauzeiger. Jetzt einzeln oder in der Sammelbox überall erhältlich. Und wenn sie es im Internet runterladet, kriegt sie nur einen Gutschein für ein Glas Bärlauchpesto dazu.